Liebe Bürger, beunruhigt Sie ebenso wie mich, dass man täglich in den Medien zu Arbeitsplätzen, Pflegenotstand, Kriminalität, Nullzinsen oder Altersarmut liest? Sind Sie nicht auch empört, wenn unsere Altparteien sich immer neue Steuern und Abgaben für einen angeblichen Klimaschutz ausdenken, die Meinungsfreiheit zu Themen wie Zuwanderung, Antisemitismus, Islam oder AfD einschränken wollen und so tun, als ob das Geld und die Geduld der Bevölkerung unendlich sind? Wächst bei Ihnen nicht auch die Furcht, dass unsere Eliten den Herausforderungen der kommenden Jahre nicht gewachsen sind, unsere Wirtschaft nicht mehr brummt, die Infrastruktur in unserem Land heruntergekommen ist und unsere Kinder in Schulen und Universitäten schon längst nicht mehr das lernen, was sie für das Leben brauchen. Wenn das alles Ihnen Sorgen bereitet, dann heiße ich Sie bei der AfD willkommen. Wir sind die Partei aus der Mitte der Gesellschaft, die sich für Deutschland einsetzt. Die AfD ist die Antwort auf das Versagen der Altparteien. Sie ist erfolgreich, weil sie die Themen der Bürger aufgreift und dafür garantiert, dass die Rechte Mitte dem rot-grünen Zeitgeist trotzt. Sie ist erfolgreich, weil sie durch und durch bürgerlich ist und den politischen Rändern Paroli bietet. Lassen Sie sich nichts von denen vormachen, die jeden Tag beweisen, dass sie verbraucht sind. Denen ist die AfD ein Dorn im Auge. Nicht, weil sie rechts ist, sondern weil sie bei immer mehr Wählern ankommt. Ich stehe dafür, dass die AfD die bürgerliche Kraft bleibt, die für Deutschlands Zukunft kämpft. Helfen Sie mir dabei, unser Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020